Ja, Tag 3, letzter Tag, Höhepunkt würde ich so sagen, denn heute waren wir in der Nähe von Stuttgart in Blüterhausen auf dem Flowing Fuchs Trail und das ist wirklich, ihr werdet es im Video sehen, ein Flow Trail, der richtig viel Spaß macht und wir haben echt Bikeparkfeeling bekommen. Also es haben uns auch noch zwei Freunde von Erik besucht, alles natürlich Corona-konform mit negativen Tests vorher, dass das auch in Ordnung ist und ja, wir hatten ein paar nette Abfahrten, hat übel viel Spaß gemacht, also es kam Bikeparkfeeling auf, zu Zeiten, wo der Bikepark noch nicht auf hat. Perfekt, genießt's! Ja, das war's. Undisputed. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020